hey leute und herzlich willkommen zu einem weiterer so einer weiter zu einer weiteren aufnahmesession von dragonborn set also erstmal dankeschön dass ihr das so krass bewertet das kommt ja sehr gut bei euch an finde ich gut ich erinnere noch mal täglich 15 uhr bei mir die folgen bei sui 13 30 bis 14 uhr ja irgendwie sowas ja was wir diese folge machen wir müssen ein bisschen level wie niemand heute 30 minuten auf deswegen er wenn ihr morgen noch mehr auf ist gerade wochenende ich habe ferien und fabi ist nun so was ich gerade was wir noch sagen können wir haben heute beide also ich sag das noch nicht aber ich sag so dass am donnerstag wird keine folge von dragonborn set da wird was anderes kommt von uns beiden auch ja also das ist sogar wenn die den part sehen ist donnerstag sogar glaube ich in zwei tagen also ich glaube dienstag kommt der part weiß jetzt aber gerade nicht ja auf jeden fall jemand hat auch gesagt hier lernen wir alle attacken und so weiter das werden wir später mal machen aber jetzt brauchen wir das einfach noch was wir können ja kurz mal rechnen morgen kommt der letzte partner von der aufnahme ist ja dann kommt der dienstag ja und donnerstag kommt keine folge weiter was anderes kommt was kommt montag montag kommt der vierte part morgen ist montag und die aufnahme kommt jetzt dienstag ja morgen ist heute sonntag ja wo habe ich kein zeitgefühl ja okay dann kannst du sagen und ganz kurz der macher hat auf facebook oder so geschrieben dass das nächste update 100 pro wird die salesaga drin sein und ja da freuen wir uns drauf ich weiß aber nicht leider wann das update kommt und dass sie diese folge machen ein bisschen leveln btf das gefurte alter wird ich kann gar nichts machen du hast gerade was kaputt gemacht hast gewinn auf jeden fall diese folge bisschen fahren wieder weil was anderes kannst du da wirklich nicht machen und eventuell ich weiß nicht ob wir heute schon nappa und wege den würde würde ich ehrlich gesagt noch nicht heute machen weil ich würde gerne halt level in den nächsten auf den nächsten aufnahmen gehen wir wahrscheinlich zum meister kai also ihr sagt immer macht das macht das leute dass das projekt wird länger gehen das wird nicht wie die erste staffel neuen folgen das wird länger gehen und wir machen das alles noch nur wir wollen jetzt nicht alles fertig machen und dann nichts mehr machen können und deswegen also wartet einfach mal ab wir machen das auf jeden fall alles noch und die attacken lernen wir noch alle und weiß was weiß ich ja machen wir wirklich alles noch also bisschen geduld haben ja auf jeden fall danke dass ihr das auch so krass bewertet also bei mir ist das eigentlich ganz gut früher war es ehrlich gesagt besser ich weiß nicht warum das ist einfach youtube das ist nicht angezeigt weil ich habe gerade warnei gefunden das kann echt sein ja nimm auf jeden fall alles mit was warnei ist und ja kann echt sein dass youtube das nicht anzeigen aber auf jeden fall ja früher war kam es wesentlich besser an habe ich so den gefühl ja ist halt so wegen youtube an sich könnt ihr da einfach mal immer auf unseren kanal bei mir um 13 30 bei fabi um 15 uhr ja da könnt ihr einfach wenn es nicht angezeigt wird wenn um 13 3 außer am donnerstag der kommt wenn um 13 30 bis 14 uhr bei mir das video noch nicht oben ist dann geht einfach mal auf meinen kanal oder bei fabi wenn um 15 uhr das video noch nicht oben ist weil wir laden das ja geplant hoch das muss dann um diese zeit hochgeladen sein und da erinnern wir auch nichts dran dann müsst ihr einfach mal auf unseren kanal gehen ich weiß dass das ein bisschen länger dauert als einfach nur auf das video zu klicken ja aber dann können wir nicht zu lassen ich werde sterben die holen mich immer runter nein die holen mich immer runter dann kommen jetzt wie war free und dann tp dich zu mir die ja ich muss dich jetzt kommen ich bin ich zu mir du besser schneller ich kann mein vater weil ich eben rumgeschrien habe hat mein vater geklopft macht doch es tut mir leid ich schreibe doch nicht es sind ganz viele waren die habe ich gefunden nicht da du musst da hinten da sind deine sachen ich habe mich tp kennst du also ja nö gibt es eigentlich einen warenneihut ne ne was gibt es einen warenneihut gib mir meine warenneihut gib mir meine schoß ich hab dir doch ich hab schoß warum hatte ich mein helm nicht auf bin ich dumm boah hier ist ada hier ist ada digger hier ne ne aber auf die sellsager freue ich mich so übertriebenst ne weil sellsager wenn er hat gesagt dass er die komplette macht ne ja er will die machen also er macht kein update bevor die sellsager nicht draußen ist und er meint ja eigentlich dass es dieses wochenend nächstes wochenende kommt weiß ich eben nicht also das ist gegen wen kämpfst du gegen ein cyber mann gegen war die meisten haben wirklich so die die haben das so geschrieben cyber aber das wird cyber geschrieben vielleicht mit e noch also wirklich zu diesem ghetto slang cyber nicht das hat nichts mit elektronik zu tun da hinten waren schweins was sie mal mitnehmen schweins jetzt so weil ich will mal erst mal gucken ob ich alter ich habe fast keine ich will aber auf es kending sparen deswegen was ist nochmals kein ding also dass man so was hält schon wird dann hat die schnauze sonst was das kann man noch sagen irgendwas wollte ich glaube ich noch ansprechen ich weiß aber nicht nach namen wir wollen auf jeden fall ich will auf jeden fall mal die gehen und ich habe ja so viele drei übersehen und seid wieder richtig ausgerastet aber doch manche haben da wirklich gesagt ich sterbe gleich ich sterbe gleich ja und genau das was manche auch nicht kapiert haben leute ihr müsst nicht wenn ich sage ich sterbe gleich müsste nicht auf die herzen gucken sondern rechts auf die anzeige wenn die nämlich null anzeigt dann verliere ich nämlich alle meine herzen das hat der gesehen und das was mir aufgefallen ist wenn du fliegst dann auf dem Boden kommen sie wenn du auf dem Boden kommst und dann direkt fliegst dann bist du richtig der fliegt voll schnell hoch okay irgendwie so ist das alter nein alter 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 ja Borsche zu mir können ohr abfahrt mann aufzulachen b was gesagt wenn es vor Aufnahme anfangs der gewissen Kurs suchen Kurs ja kann man das Katan eigentlich jetzt vercharnten boah Alter ich vercharnte dich gleich ohne Witz lass mal bitte essen ich hab doch Essen elf Stück ja dann komm mal nach oben und wir müssen es brennen alter Vater was macht Fly mehr? Achso Fly äh echt zu mir jetzt gehst du aber glaube ich ab oder? ja ich merke schon kann man dann schneller fliegen? ohne Witz wenn man selbst macht einfach ohne ich finde es einfach so ein geiler Mond und der macht so viel Bock viele haben auch gesagt ich soll Son Goku oder Trunks nehmen aber ich nehme weiterhin Son Gohan weil Son Gohan einfach mit der geilste Charakter ist von Dragon Ball wie ich finde oder Vegeta vor allem in Super Saiyan 2 oder Vegeta ne Vegeta mag ich immer noch nicht aber Vegeta gehört so zu Dragon Besitzer ja Vegeta ist der ist cool so weißt du der hat so die Überraschungsmomente aber ich finde seine Arroganz einfach so Huren die stört mich einfach dass die so arrogant ist und keine Hilfe annimmt und bla und blut dann nimm dir ja später Hilfe an ach komm ich nimm gleich mal Hilfe äh was brauch ich für Rüstungsteile ich mach mir jetzt mal ein bisschen Rüstung ne von Varanei her und ich dachte wir waren zusammen teilen du hast noch 10 übrig echt ja wenn du noch hast du noch welche drei Stück ja dann hast du 13 so gut ich kann selber zählen ja echt nein hast du Leder nein scheiß ich brauche neues Katana ja eben hier auch bald Alter wir haben echt Essensprobleme ich geh mal gucken ob ich irgendwas finde Alter guck mal das kann man schieben ey schieb dich gleich lass den mal bitte da drin ach so was ich boh erstmal ein oh Mann guck das ist ich boh erstmal eins zu essen und dann guck ich mal ob ich irgendwas noch finde und ja wenn ich mal Dragon Ball übersehe oder so dann hält ihr den zu nein dann schreibt es einfach ganz normal so und alles cool ne alles cool alles cool ey um uns herum ist nur ein Cyberman Biom ich weiß was weiß 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 komm 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 Digga wenn der trifft ne ja ja boom an sich auch warte ich kann das mal vorlesen WTF alle tot mir hat einer was geschrieben bei meinem SkyMap Fan Account da übrigens Clamcraft heißt dann könnt ihr einfach rennen und nicht fragen bist du neid ähm warte ich such mal da meint der erstmal ich soll Fabi töten dann schreibe ich Grundfragezeichen aus Fun wie bei der ersten Staffel das war da am besten da mach ich aber nicht und dann schreibt er und Sui ihr könnt ja mal mit eurem Facebook Fan Accounts in die Gruppe von dem Ersteller DBZ und Naruto Mod da schreibt er hin wann das Update kommt was der machen will und so wenn das draußen ist sagt er das auch ey hab eben den dritten Part von DBZ gesehen und ich wollte sagen dass wenn ihr Attack Power skillt kosten die Attacken mehr aber machen dann mehr Damage und wegen Buddy ihr müsst das einfach hochskillen wenn ihr später Freezer killen wollt weil das sehr wichtig ist und wenn du kein Key hast dann ist Buddy automatisch null und das regeneriert nicht du brauchst Key damit dieses Buddy regeneriert deswegen lade immer Key lade immer Key sagt das am besten auch Fabi und ich bin es wieder dieser ok der Typ heißt LP mit The Twins liebe Grüße sorry ich bin die Grammatik ja wenn ich es nicht vergesse würde ich das auf jeden Fall mal einblenden auch wenn es geil ist ich werde es einfach mal machen ich habe schon eine Antwort da bei mir in den Kommentaren geschrieben der auch LP mit deiner Mutter nein LP mit The Trend LP lass mal eine LP mit Kev machen ja habe ich schon wo sind die ja ich treffe mit meinem Feind vielleicht nicht ich will jetzt nicht runter gehen weil die mir immer die ziehen mir 5 Herz nicht haben das ist so crank alter crank yo er zieht mir 10 auf einmal yo geh mal bitte weg warum trifft er mich denn da unten weil er dich trifft das ist gut eine Erklärung ich aber mit einem Eisenschwert levelt man ja gar nicht ne mit einem Eisenschwert nicht getan man ist der Bedeutung warum trifft er mich man schrei doch nicht wieso nur unsern ja ich muss sonst geht der noch nicht weg erstens hast du mal so du machst gar nichts du tust mich, sag mal ruhig was ist das Handy Scheiß Handy, Alter du bist meine Perle, meine Hände, Handy ich hätte mich schon selber gebummst ab nexenlang Kamehame time stand time stand 5 Kamihami haha time stand es ist so billig, Alter ... Kann man eigentlich diesen Ninja-Sprung hier auch machen? Ja, mit X, ne? Town! Town? Town! Kuh! Kuhs heißt das. Du! Kuhs! Du! Hätte ich schnauzen. Du starbst jetzt, du starbst! Bat! Bat! Oh, Fabi, wir müssen das Step by Step machen. Oh, Stop! Lauf nicht weg, Kuh. Du hast eh keine Chance vor mir. Vor allem, Kuh läuft weg. Ja, das Schlimme ist, hier läuft ja echt weg. Ich hab Leder. Leder. Schnell! Schnell! Das versteht aber gar keiner. Das ist wieder so ein Insider. Ja. Ähm. Sui? Äh. Oh, no. Hi. Finde ich echt nett von dir. Nett, lad. Ey, hier ist doch ein Biom normales. Ja, ich hab jetzt auch eins, aber... Oh, Kuh! Hallo, Kuh, hallo, Kuh. Das ist so, bist du aber echt, du levelst so langsam. Wir müssen mal gucken, dass wir da mit dem Server irgendwas... Obwohl, ich hab ja schon Difficult hier auf eins, aber... Wir brauchen auf jeden Fall die normalen Monster, ohne Witz. Die kommen doch... Nee, kommen doch nicht. Nee, eben nicht. Und das Body generiert... Ja, der generiert sich so langsam. Ich muss gleich auch erst zurückfliegen. Und es gibt halt immer mal so ein paar... Ein paar langweilige sind, so wie jetzt hier zum Beispiel. Weil wir müssen einfach farmen. Und da kann man einfach nicht viel machen, ne? Oder doch, Sui? Nein. Ist da... Ist da eine andere Meinung von dir? Da ist keine andere Meinung. Gut. Ich hätte dir sonst vielleicht geköpft. Du schmass. Nur vielleicht. Bei mir lädt die Welt gar nicht. Ja, dann würde ich mal den Weltlademod installieren. Die Schnauze. Mit der Weltlademod. So, wie bist du bei dem... Bei dem... Wie heißt das Teil? Gott. Ja. Bist du? Nein. Wo denn? Irgendwo. Ich weiß nicht wo. Irgendwo ist gut. Da komm ich jetzt auch hin. Boah, Junge, 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 Junge. Ja, sind auch wieder gar nicht viele. Alter, ohne Bezauber, ne? Gibt's einfach... Unnormal. Nicht mal da unten. Ach, hier haben wir doch die Dings. Ha. Ja, ich weiß, wo es zurückgeht. Ha. Gott, Junge. Zauberidiot vielleicht auch, oder? Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Oh Mann, jetzt bin ich so richtig langsam. Egal, ein Fleisch reindrücken. Und da oben geht's hoch. Ey, es regnet. Mach's mal bitte, taue Daumen. Ich kann nicht, ich bin am verhinken. Okay, dann mach ich das gleich. Alter, das sieht so richtig komisch aus mit dem Regen. Hä, regnet's überhaupt? Ja. Ne, jetzt hat's... Es regnet bei mir. Hey, bei mir hat's irgendwie aufgehört. Jetzt vielleicht bin ich zu hoch. Ich bin durch die Weltatmosphäre, in die Stratosphäre und die Thermosphäre und... Vielleicht auch durch deine Thermoskanne, hm? Doch, jetzt hinkst du jetzt... Du! Du, du holst mich immer nicht runter. Oh, vielleicht sogar ich. Fabi, tippe mich, tippe mich schnell. Ich kann nicht. Entkommen. Ich will nachfliegen, du Pisser. Man, er fliegt so langsam. Wieso hab ich eigentlich zwei Raw Beef gegessen? I will handle this fine. Du machst das mit der Hand? Ich handle das, hab ich gesagt. Ich handle das, Piss. Alter, du hast das ganze Fleisch mitgenommen. Nein, ich hab das ganze Fleisch in meiner Hand. Ich glaube, man muss dich mal brechen, ne? Ja, man muss dich immer brechen. Warum geht das schwer zu schnell kaputt? Das riecht richtig auf. Welches Red? Katana. Was sagst du, hm? Ne. Ich glaub mal nein. Bitte, ich wollte es nicht ins Bett. So, und jetzt kann ich vielleicht ein bisschen was skillen. Ja, ein bisschen, ne. Oh man, mir fehlen noch drei Punkte, damit ich Scanning hochskillen kann. Und dann werde ich zum Super Saiyan. Und dann, ne, es geht los. Wie viel braucht man denn? 20. Das ist nicht übertrieben. Du bist zum Fliegen. Ich weiß nicht, wir überlegen mal mit dem, mit dem, äh, mit dem Mangel, ja, an den Tieren. Vielleicht spawnen wir einfach mal welche oder so. Ich glaube, wir gerne machen. Ich weiß, hab ich ja gesagt. Vielleicht hat es auch einfach so ein Sektor zu bezahlen. Boom! Hä? Hab ich auch nö. Ach komm, jetzt feuer die Scheiße, du hab hier. Feuer! Frei! Time's Ten, Junge. Die sterben instant. Mit KMH, Time's Ten. Was ist nochmal BP? Battle Power. Das heißt? Achso. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Ich hab 901. Ich glaub, du hast viel mehr als ich. Guck doch nach, drück auf Rd. Man kriegt dadurch leider keine Dings. Äh, ich hab 5706. Ja, und ich hab 901. Warum hab ich so viel? Vielleicht, weil du ein Asslack bist, hm? Oh, vielleicht auch nein. Warte auch. Hab einen getötet. Oh, verpiss dich mal. Versteckt er sich da, alter? Pisser! Bei mir haben sie... Oh mein Gott. Ich hab Apokalypse von Cybermans gefunden. Ich frag mich, warum bekommst du keine... Oh, fuck. Äh, Punkte, wenn du deine Ki-Attacken da auf die machst. Das ist dumm, ne? Das ist ziemlich dumm für dich. Ja, ich auch. Was ist stärker, feine Flash oder Dingens? Kommt drauf an, musst du gucken. Das ändert sich irgendwie immer, deswegen. Ich hau jetzt einfach feine Flash, Dingens. Ich kann ja nicht. Boah, Junge, ohne Witz, das ist so brutal. Hey, lol. Alter, ich hab was entdeckt. Was? Du musst mal... Lad dich mal voll auf. Ja? Geh auf irgendeinem Punkt. Mach feine Flash. Und lass aber rechtsklick gedrückt. Okay. Also, muss das jetzt feine Flash sein? Ich mach's grad mit Feine Flash, aber mach... Aber auf den Punkt oder was? Ja, auf irgendeinem Punkt auf dem Boden. Ach so, aber nicht. Rechtsklick, rechtsklick gedrückt. Rechtsklick einfach gedrückt. Aber nicht bei dir in der Nähe. Nein, nicht bei mir in der Nähe. Also, bei mir jetzt nicht. Einfach auf dem Boden und dann feine Flash gedrückt. Yo! Wie geil! Ne? Alter, Spam-Aktion for the win. Hab ich gut herausgefunden, ha? Ah, so wie du bist denn, Schatz, ey. Alter, das ist ja richtig. Ich hoffe, du kannst ja richtig spammen. Denki damals. Du musst ja nur einmal aufladen, das ist geil. Aber es zieht den ganzen Schwingen. Ja, ich kann genau... Ich hab Scanning aufgelevelt. Jetzt kostet es 40, Alter. 40. Jetzt geh ich aber in Super Saiyan. Der Super VDG in Aktiv-Modus aktiviert. Der Aktiv-Modus aktiviert. Und, komm, komm. Ja! Oh, die Haare sind gelb. Das... Alter. Alter! Alter! Geil! Was? Oh, Junge. Die Haare... Meine Haare sind gelb, aber ich lade mich immer noch so langsam auf. Meine Haare sind jetzt ohne Witz, sie sind gelb. Oh, Junge! Ja, weil du super... Also, bist du dumm? Ja, aber weißt du, wie geil das aussieht? Sind deine Haare immer noch so hässlich? Ja, nein, die sind geiler, finde ich. Aber ich mein, hässlich geformt. Nein, ich finde, jetzt sehen die richtig geil aus.